Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen wieder zum Grand Swiss und heute wieder zu den Männern und zwar zu Frederik Swane. Der hat keinen so super guten Start erwischt mit einem aus drei, lief es ja bisher nicht so und zur Belohnung oder zur Strafe, wie auch immer man es sehen mag, spielte er dann heute mit Schwarz gegen 1-2-7er gegen Jordan van Forrest. Aber ja, da er einen aus drei hatte, kann man natürlich davon ausgehen, dass es auch bei Jordan nicht so gut läuft. Und wir wollen uns jetzt diese Partie anschauen. Jordan eröffnete mit D4. Okay, ich spreche F6, C4, E6, G3. Okay, katalanisch, ich kann euch nicht sagen, ob Frederik damit gerechnet hat. Ich sage mal, ich gehe davon aus, dass er es wenigstens ein paar Minuten angeschaut hat, aber wahrscheinlich nicht zu lange. Warum, werde ich euch gleich noch erklären. D5, Läufer G2 und Läufer E7. Ich spreche F3, Rochade. Ach, schwarz rochiert, Rochade. D schlägt C4 und H4. Ja, und warum denke ich, dass Frederik das nicht so tief vorbereitet hat? Jetzt, gerade beim Club Cup, also vor ungefähr drei Wochen, hatte Jordan genau diese Stellung mit Weiß auf dem Brett gegen Juri Krevorutschko und er gewann eine sehr, sehr schöne Partie. Das heißt, also wenn er mit katalanisch gerechnet hat, hat Frederik sich ja diese Variante angeschaut. Und Frederik hat hier Springer C6 rausgeblitzt, was überraschenderweise der erste Zug des Computers ist, was dafür spricht, dass er das schon mal gesehen hat. Allerdings hat er jetzt nach Springer A3 angefangen nachzudenken, was ja auch vom Computer recht hoch eingestuft wird. Er hat auf A3 geschlagen und Dame E7 gespielt. Auf A3 schlagen ist tatsächlich der beste Weg, aber wahrscheinlich sollte man hier lieber Turm B8 spielen und dann kann man mit B6 oder vielleicht sogar mit B5 fortsetzen. Das ist grundsätzlich ganz hilfreich, wenn man den Turm aus dieser langen Diagonale wegzieht und außerdem möchte man ja früher oder später den weißfildrigen Läufer entwickeln. Und da hilft es auch, wenn der B7-Bauer verteidigt ist. Aber auch Dame E7 war gar keine schlechte Idee, denn er versucht hier mit E5 den Läufer zu befreien. Weiß schlägt, tauscht die Springer und Läufer F4. Ja, Weiß entwickelt sich nun mit Tempo und versucht natürlich Kompensationen für den Bauern zu bekommen, indem er sich schnell entwickelt und somit die schwarzen Figuren unter Druck setzt. Dame C5, Läufer E3. Also weiterhin Weiß spielt auf Tempi. Ja, hier wäre es wahrscheinlich schon recht gefährlich, auf A3 zu nehmen. Nach Dame C4 ist der einzige Zug für Schwarz, der nicht zu einer klar schlechteren Stellung führt, Dame A5. Okay, man kann verstehen, es droht natürlich Läufer C5 und B6 ist unmöglich. Okay. Aber nach Dame A5, Läufer D4, denke ich, ist schon recht klar, dass Weiß hier gute Kompensationen hat. Die Damenflügelbauern gehen erstmal nirgendwo hin und man hat auch nur einen Mehrbauern, Weiß hat das Läuferpaar und steht hier wirklich sehr aktiv. Kann ich voll verstehen, dass Frederik das nicht gut fand. Stattdessen hat der Dame E7 gespielt. Dame schlägt C4 und Turm E8. Jetzt folgte Turm D1, C6 und Dame B4. Und ich glaube, das ist ein guter Moment für euch, mal das Video anzuhalten, wenn ihr ein bisschen selbst trainieren wollt und zu überlegen, wie ihr hier fortsetzen würdet mit Schwarz. Ich denke nämlich, dass es hier recht wichtig ist, sich zu entscheiden, auf welches Feld man den Läufer entwickelt. Und ich glaube, dass Frederiks Wahl nicht optimal war. Schauen wir mal. Also ich denke, der Läufer sollte nach F5. Der Punkt ist, dass Weiß grundsätzlich die Idee hat, mit Turm B1 den Druck auf der B-Linie zu verstärken. Nach Läufer F5 ist das einfach nicht mehr möglich. Und hier, ja, zum Beispiel Turm D2, um vielleicht dann auf der D-Linie zu spielen. Aber nach Springer E4 denke ich, Schwarz hat genug Gegenspiel und sollte hier ausgleichen. Nach Läufer G4 folgte Turm B1. Und hier denke ich, behält Weiß etwas Druck. Denn jetzt hat Frederik Läufer F5 gespielt. Er möchte ungern den E2 gegen den B7 tauschen, denn wenn B7 fällt, wird auch C6 schwach. Und nach Turm B2 folgte Dame E6. Vielleicht kurz, also sowas wie Dame B4, A schlägt B4 möchte man nicht. Der Bauer kommt dann nach B5 und startet einen Minoritätsangriff. Und die beiden Läufer sind bereits so in Richtung des schwarzen Damenflügels ausgerichtet, dass das einfach sehr, sehr unangenehm ist. Ja, stattdessen folgte Dame E6. Dame schlägt B7 und Läufer E4. Also Frederik gibt hier den B-Bauern ab, möchte aber dafür jetzt die Läufer tauschen. Okay, Turm C1, er tauscht und Springer D5. Ja, Turm B3. Und hier hat Schwarz jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal kann man versuchen, den C6 zu decken oder man kann auf E3 schlagen. Das Problem ist, wenn man auf E3 schlägt, Turm schlägt E3, Dame D5, König G1, hat man weiterhin das Problem mit dem Bauern auf C6. Turm schlägt E3, ist nicht möglich, weil der A8 gedeckt werden muss. Und wenn man sich ein Luftloch schafft, folgt Dame C6. Und dieses Turmenspiel sieht, ja, sehr, sehr schwierig aus. Ich meine, Weiß hat schon zwei Bauern mehr. Ja, der A-Bauer ist ein Doppelbauer, aber zu den beiden Mehrbauern kommt auch noch ein aktiver Turm. Und das sollte normalerweise dann völlig ausreichend sein für den Sieg. Deshalb gefällt mir Frederiks Wahl hier sehr gut. Er spielt Turm AC8 und gibt stattdessen den A7-Bauern ab, um nun mit Dame G4 Gegenspiel zu bekommen. Wenn man hier ehrlich ist, also die schwarze Stellung ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber Frederik macht das wirklich sehr gut und beschäftigt den Gegner. Natürlich, wenn man hier gar nichts macht, dann läuft einfach der A-Bauer durch. Aber Schwarz hat ja noch viele Figuren auf dem Brett und Springer sind auch im Angriff natürlich immer sehr nervig. Hier gefällt mir der Zug von Jordan schon nicht so gut. Mir würde Turm E1 besser gefallen. Der Punkt ist, E3 ist ja noch genug gedeckt und Weiß deckt hier einfach E2. Nach H6 kann man jetzt vielleicht sogar den Läufer wegziehen und den Bauern auf E2 abgeben, um Material zu tauschen. Denn Weiß hat ja hier noch einen anderen Trumpf als den Mehrbauern, nämlich vor allem den Freibauern. Und hier kann man die Dame wieder zentrieren und sowas wie Dame schlägt A2 ist wahrscheinlich direkt schlecht wegen Dame G4. Greift den Turm an, greift H6 an und Weiß behält auch den entfernten Freibauern und mit Läufer gegen Springer sollte das immer Vorteil sein. Schliessen spielte Jordan F3. Der Computer findet das noch gar nicht schlecht, aber ich möchte ja auch hier ein bisschen praktische Schach erklären und ich muss sagen, dass ich glaube, dass diese Partie ein super Beispiel ist, warum man solche Züge tendenziell vermeiden sollte, wenn man nicht ganz genau sieht, wie man weiterspielen möchte. F3 schwächt den König noch mehr, insbesondere natürlich den Läufer auf E3, aber auch so, wenn mal der E2-Bauer fällt, dann werden die plötzlich alle schwach. Es folgte hier Dame G6 und ja, hier griff Jordan schon fehl. Am besten wäre wahrscheinlich auch hier wieder Turm E1 mit der Idee, den Läufer nach F2 zurückzuziehen und ja eben den E2 entweder nur mit Turmtausch abzugeben oder gar nicht. Nach Dame C2 Läufer F2 könnte Schwarz auf A2 nehmen. Und ja, hier sieht man schon, Weiß muss irgendwie wieder deaktiviert werden und nach Flick wäre die Idee, jetzt den A-Bauern zu ziehen. Aber auch hier, also das sieht alles nicht so einfach aus, ja. Der König ist schon sehr schwach. Man muss immer aufpassen, ob Springer E3 geht. Aktuell geht das nicht, aber irgendwann vielleicht schon. Und das sieht sehr schwer zu spielen aus für Weiß, auch wenn der Computer das gut findet. Aber wir sind nun mal alle keine Maschinen und das Problem ist, wenn der König schwach ist und man was falsch macht, dann ist man oft direkt matt. Und Frederik hat hier noch Zeit, bis der A-Bauer durchläuft. Weiß spielt stattdessen Dame C5. Turm E5. Und ja, hier ist tatsächlich der beste Zug für Weiß, Dame D4. Und das ist schon nicht so einfach zu finden, wenn man gerade Dame C5 gespielt hat. Der Punkt ist, dass nach Turm E8 jetzt Dame schlägt, E5 kommt. Und ja, es wäre matt auf B8, wenn Schwarz wieder nimmt. Das heißt, Weiß gewinnt hier einen Turm. Und wenn Schwarz da mit D6 spielt, Läufer F2, Turm E2, kann man König G1 spielen. Aber auch hier, wie eben, die Stellung sieht schwer zu spielen aus für Weiß. Da kann der Computer ausgleich schreien, solange er will. Ob das in der praktischen Partie dann auch so ausgeht, ist absolut unklar. Und hier würde wahrscheinlich jeder lieber Schwarz nehmen. In der Partie folgte aber König F2. Das ist ein Fehler. Und hier dürft ihr gern auch mal das Video anhalten und überlegen, wie ihr auf König F2 reagieren würdet. Und wie ihr das ausnutzen würdet. Frederik fand hier eine schöne Vorsetzung, Turm E8. Erstmal sehr logisch, greift den E3 nochmal an und möchte den einfach schlagen. Ein wichtiger Punkt ist, dass da mit C6 natürlich nicht funktioniert, denn hier kann man die Damen tauschen und auf E3 schlagen. Tatsächlich wäre das vielleicht sogar der beste Weg für Weiß gewesen, aber die Stellung sollte schon gewinnen für Schwarz, aber man muss ja natürlich noch ein bisschen Arbeit leisten. Stattdessen spielte er Turm B1. Ja, kleiner Trick, also Turm schlägt E3, ist jetzt nicht möglich. Denn nach Turm schlägt, Springer schlägt, Dame schlägt, wird Schwarz matt gesetzt. Das übersieht Frederik natürlich nicht und spielt F5. Hier wäre im Übrigen auch H5 sehr stark. Die Idee ist aber völlig die gleiche, das heißt, das macht keinen großen Unterschied. F5 und Dame C4. Und hier dürft ihr gern auch mal überlegen, wie ihr fortsetzen würdet. Schwarz hat hier zwei gute Wege. Einer wird als etwas besser eingeschätzt als der andere. Ich hätte tatsächlich einen anderen gewählt als Frederik, also interessiert mich auch, wie ihr euch entscheiden würdet. Also ich hätte hier einfach auf E3 genommen. Schlägt, schlägt und Turm B8. Und ja, hier vielleicht König F7 und Turm E7, um den König etwas zu aktivieren. Schwarz hat einen Springer mehr, das sollte hoffentlich schon reichen. Frederik fand aber vielleicht einen noch stärkeren Weg und zwar Dame E6. Ja, Schwarz möchte nach wie vor auf E3 nehmen, weil es verhindert das. Jetzt gewinnt Schwarz also nicht die Figur, aber dafür gewinnt Schwarz hier diesen super wichtigen Bauern. König G1, Turm E1. Und ja, jetzt wiederholt Frederik einmal die Stellung. Das ist nicht, weil er hier dachte, er kann nicht gewinnen oder so, sondern wir sind hier bei Zug 33. Und ab Zug 40 gibt es nochmal 50 Minuten extra. Die hatten hier beide schon nicht mehr so viel Zeit. Und gerade in Gewinnstellung lohnt sich das natürlich dann nochmal eine Minute einzusammeln, indem man einmal die Stellung wiederholt. Und vor allem auch Zug 40 näher zu kommen, sodass man am Ende wieder Zeit hat, den Gewinn zu finden. Hier spielt er F4. Die Idee ist jetzt natürlich, über Dame H3 einzusteigen. G4 und H5. Jetzt möchte er wieder den Gehbauern loswerden, damit die Dame nach H3 kann. Es folgte Turm B8. Und Turm E1. Er möchte einen Turm tauschen. Und auch hier wieder gleiche Geschichte. Er wiederholt einmal die Stellung. Und nach König F2 schlägt er auf B1. Jetzt sind wir schon bei Zug 39 angekommen und Frederik ist hier seinem Ziel sehr nahe. Er schlägt auf G4. Hat jetzt noch den Bauern zurückgewonnen. Das Material ist hier natürlich nicht besonders wichtig. Aber vor allem hat er jetzt nochmal 50 Minuten bekommen. Und von hier wird es recht leicht, die Stellung zu verwerten. Erstmal, Dame C6 geht natürlich überhaupt nicht wegen Turm E2. Und Dame G2 Schachmatt. Deshalb spielte Jordan Turm G1. Aber nach Dame schlägt H4 König F3 G5. Ist ganz klar, der weiße König ist viel schwächer als der schwarze. Auch wenn der schwarze hier nicht so super sicher aussieht. Der weiße König hat ja gar keinen Bauernschutz. Es folgte Dame F1. Dame H5. Okay. Auch hier einmal die Stellung wiederholt. Und Sprenger E3. Dame B1 und G4. Ja, auch das sehr schöne Idee. Ja, vielleicht kurz König F4 scheitert. Woran scheitert König F4? Ja, wahrscheinlich Sprenger D5 sofort. Der König muss jetzt immer weiter in die schwarze Stellung laufen. Und das sieht nicht so gut aus. Das ist schon direkt matt. Das heißt, König F4 geht gar nicht. Ja, Jordan geht zurück nach E2. Aber auch hier Dame H2. Und nach König D3 gibt es sicher viele Wege für schwarze. Aber mir gefällt der Weg von Frederik sehr gut. Denn er geht hier überhaupt kein Risiko und tauscht die Damen ab. Und hat dann hier zwei verbundene Freibauern im Endspiel, die auch schon sehr weit vorne stehen. Er spielt die G3. Läufer C5, Springer D5. Also er möchte F3 spielen, ohne dass der Springer hängt. Turm E1, König F7. A4 und Turm A8. Er nimmt den natürlich auch gern weg, wenn er darf. Nach Turm E4 geht das nicht mehr. Aber der König kommt jetzt zur Hilfe zu den Bauern. Turm C4, König F5. Und der König will nach H3 laufen. Es folgte A3, erstmal Turm E8, damit der weiße König nicht über F3 die Bauern blockieren kann. König D2, König H3. Turm C1 und F3. Und nach Turm F1, F2 hatte Jordan genug gesehen. Der Zug G2 ist im Prinzip nicht zu verhindern. Und vor allem hat Weiß hier auch überhaupt keine Ideen, noch irgendwelche Drohungen aufzustellen. Deshalb gab er auf. Ja, ein etwas glücklicher Sieg von Frederik. Also zwischendurch stand er wirklich nicht so gut. Und ich dachte tatsächlich, dass er sehr, sehr lange leiden wird. Aber plötzlich hat Jordan total den Faden verloren. Und Frederik konnte gut die Initiative übernehmen. Was vor allem auch daran lag, dass er sehr stark nach Gegenspiel Ausschau gehalten hat. Anstatt einfach lange zu versuchen, sich passiv zu verteidigen. Also das war eine sehr, sehr schlaue Strategie. Und danach hat er auch einfach sehr, sehr akkurat gespielt und verdient gewonnen. Insgesamt lief es jetzt heute so mittelmäßig. Vincent konnte recht einfach kurz vor der Zeitkontrolle gewinnen, weil sein Gegner zweizügig einen Turm eingestellt hat. Das ist natürlich recht selten auf dem Niveau, nimmt man aber gerne mit. Alex Donchenko und Niklas Fuschenbeet haben leider verloren. Matthias hat Remy gespielt, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und Rasmus Fahner hat auch eine schöne Partie gewonnen. Denn er spielt noch. Und bei den Frauen Elisabeth musste leider auch eine Niederlage einstecken. Und die Nara hat Remy gespielt. Also ja, insgesamt jetzt kein super erfolgreicher Tag. Die brauchen alle anscheinend noch ein bisschen, um ins Turnier zu finden. Aber es sind noch sieben Runden. Ich werde euch hier natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Und bisher hat es gut geklappt, dass ich jeden Tag von jemand anderem eine Partie zeigen konnte. Ich hoffe, dass die Spieler und Spielerinnen sich da auch weiter Mühe geben, dass jeden Tag jemand Neues eine super spannende Partie spielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Wenn wir dann die nächste Partie anschauen. Und wir drücken die Daumen, dass es die nächsten sieben Runden weiter so läuft. Beziehungsweise noch besser. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.